Aufgrund von Unwetter ist der Zugverkehr in NRW auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die Züge bleiben an den Warenhöhren stehen. Das Sturmtief Friederike hat leider erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr in Deutschland. Vor allem NRW ist betroffen. In Nordrhein-Westfalen waren wir leider gezwungen, den Zugverkehr komplett einzustellen. Bis auf Weiteres. Das war aus Sicherheitsgründen sicherlich die richtige Entscheidung. Denn es drohen Bäume auf die Oberleitung zu fallen. Es drohen Bäume Strecken zu blockieren. Und aus den Erfahrungen früherer extremer Wettelsituationen wissen wir, dass es dann besser ist, die Züge wirklich im Bahnhof zurückzuhalten, wo wir uns besser um die Reisenden kümmern können als auf freier Strecke. Ich wollte eigentlich noch nach Aachen weiter und dann wieder zurück oder nach Hannover zurück. Aber mal schauen. Ich bin sehr, 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 sehr. Verlassen Sie bitte die Bahnsteige des Düsseldorfer Bahnhofes über die Treppen und begeben sich in den Personentunnel.